Eine Kombination der Tänze Merengue und Karimbo, Freunde nah und fern im In- und Ausland, nennt sich Lambada. Ja, er ist ein Paartanz und stammt, wie kann es anders sein, aus Brasilien. Bekannt wurde er durch den gleichnamigen Hit Lambada von der französischen Band Kaoma. Dieser wurde im Juni 1989 in Paris veröffentlicht und verbreitete sich rasend schnell in Europa. Und hier ist er, der Lambada. Es darf getanzt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das parallel dazu erschienene Musikvideo drehte man am Kokosstrand Transcoso Bahia. Zudem löste dieser Tanz einen Hype auf tausende von Tanzschulen aus. Und durch die Auftritte Kaomas wurde auch der String-Tanga ein. Ja, er wurde gesellschaftsfähig dadurch. Ja, meine Freunde, die kommende Darbietung von mir ist ebenfalls gesellschaftsfähig. Ihr dürft euch drauf freuen. Und bis dahin wünsche ich euch was.